Yo Leute, Willkommen zur nächsten Folge von MegaFPSHR Alles gut bei euch? Ja hoffentlich, ne Weiß ich schon Ne gute Dinge für heute Das aber schaffen Let's go Was machen wir denn heute? Ähm, den Garten hat ja nicht so funktioniert, ne Ähm In Minecraft Beta gibt's Sandsteine, ne So Hört mal ein bisschen die Musik vergessen Ich würde dann ja anfangen mit diesen kleinen Hafenstädten, so quasi Ich hätte irgendwie da oben, hier bin irgendwie oben So quasi so eine Art der Wüstendorf angefangen So, halt so was ansteigen Wie so ein Dessert Village halt, ne Wie sie auch jetzt generiert werden Aber ich hab leider keinen Stein Oder keinen Sand Ich würde jetzt nicht eben jetzt groß farmen Deswegen Was soll ich das machen? Ob da vielleicht andere Ideen Ja 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 Dann sieht man nicht so viel, ne Tiefel Höcken Ich habe gerade ein bisschen Ideen Ich habe gerade weder einen Brainstormen Ich habe gerade weder einen Brainstormen Sag es mal Schwan Ich habe ein bisschen gebraucht, das wäre vielleicht nicht schlecht für Fleisch Ich muss ja sehr viel zu mir nehmen, weil ich so oft gestorben bin Ich habe sie gerade mal etwas vorm geschrieben, was ich als Art so eine Art Oase hier einbauen könnte Das wäre eine Option Zum Beispiel hier Das kann man auch immer machen, oder? Warum denn nicht? Komm, mach einfach mal drauf los Das wird natürlich noch schöner Minecraft Musik Fantastisch Das ist ein bisschen tiefer, ne? Mit hier keinem Wasser Hier ist ein bisschen Wasser Ich mach das Was könnte Wassergröne noch, ne? Jetzt sind wir mal in seinem Ort oder Platz. Das ist nicht so effektiv. Ich muss ruhig so machen, dann wäre das irgendwie besser oder flacher wird. Dann fährt man sowas noch ein. So. Dann werden wir noch so eine Art Bank und sowas dazubohren. So eine Art Parkbank halt, ne? Das wird ganz großartig. Hoffentlich. Fantastisch. Aber ich weiß, was wir hinkriegen, dass das irgendwie scheiße aussieht, ne? Ja. Man kennt mich ja. Mittlerweile. Ich habe keine Spitzsäcke mehr, Alter, was denn? Shit. Was soll denn das? Also habe ich keine Reserve-Spitzsäcke. Dämlich. Panameruisch. 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 Po-jocker mal reinschmeißen, ne? Das füllt sogar Kane schon, Alter. Haha. Shit. mein doof wäre hier doch gleich der Armei auffüllen können mach folgendes mach mal sowas hier so passt auch so die sind schon ready for action ein paar Bier können wir auch wo uns das wohnt tun hier ist so eine Kackkiste wie sowas für randoms cool hier ist so Holz weg war schon weiter oder fällt mir der jetzt erst auf na jo äh äh ich bin zack und zwar aus Stein da wären zu wenig Eisen nach zwei für die Reserve nachdem die dabei sind macht auch sowas hier zack zack puff puff schlafen funktioniert auch das ist super das internet weg auch geil wir müssen den Bobbrem an-tatschen hier hsss dann gehen wir jetzt weiter mit dem Stein hier zumindest ein Radon ein bisschen Stein hier zumindest ein Badon und das war's auch schon noch einsammeln diesen Scheiß mache ich wieder zu und dann war das doch ganz cool die Folge mach mal so, ist bisschen besser vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, weiß ich nicht na gut, das wäre auf jeden Fall die Folge heute gewesen, ich hoffe euch zu gefallen, lasst einen Like, abonniert den Kanal und tschau